Ja, einen wunderschönen guten Tag an die YouTube-Gemeinde. Ich vlogge heute mal wieder über nichts um die Welt. Nein, Scherz beiseite. Ich muss mal ein großes Lob aussprechen an welche, die wirklich Content professionell weitervermarkten wollen. Zum Beispiel der Alexander, der macht das schon richtig gut. Er kümmert sich auch um die Nachbetreuung. Also wenn man jetzt noch nicht den Bedarf hat, aber dann den Bedarf irgendwann mal abdecken muss. Was mir auch jetzt die Tage positiv aufgefallen ist. Es hat sich ja so einiges verändert. Gerade durch diese Waschlappen-Theorie, die Waschlappenpraxis. Und ich sag jetzt mal so. Ich glaube immer noch an wirtschaftliche Hintergründe. Weil, was ich heute erfahren habe, ist dieses eine Impfunternehmen, Bill Gates Sache, weil der da irgendwie Geld reingesteckt hat. Ich glaube aber nicht an die DNA- und DNS-Chip-Theorie, dass jeder unter der Haut die Computerchips irgendwann tragen muss. Ich glaube eher an eine ganz andere Praktik. Die Grippe soll ausgerottet werden, denke ich. Punkt eins. Punkt zwei. Dass Corona gleich Grippe ist, müsste jeder eigentlich auch wissen. Dass Corona gleich Grippe gleich mutieren kann, müsste auch jeder eigentlich wissen. Und ich denke, die werden durch diesen neuen Keim und der Impfstoff, ich war ja selber bei dieser Probe, also Proband. Und er wirkt schon, er wirkt besser. Und ich glaube, die Grippe soll damit ausgerottet werden. Und ich glaube noch was. Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, nein. Ich glaube, dass der Mensch sich von seinem bionischen oder biologischen Lebensweisen irgendwann verändern wird. Das heißt, die Technik entwickelt sich weiter und jeder, der sich darunter vorstellen kann, wenn sich das weiterentwickelt, dass man irgendwann wirklich auf der Erde nicht mehr in dem Sinne die Lebewesen komplett biologisch hat, sondern zum Teil wirklich biotechnologisch aufgebaut. Dann frage ich mich, wie will man in Zukunft denn überhaupt noch zum Beispiel Impfstoffe haben, wenn man teilweise biotechnologisch ist, wenn man in Zukunft kommt. Die Vincent für uns vor sich portal auch ja überhaupt nichts mehr downloadsordable rooftop. Ich weiß nicht das 90.000 für Leute, oder? Die Schaufelden und so einfach. Immer schufende tech? Und nicht wahrscheinlich sogar schnell alle irne ja immer für die Kurzweil des Neubes, aber das ist komplett. Oder wenn du rät aus direkt links, schufende dich beimч figlio. Ja!